ok tag 9 ich muss irgendwas irgendetwas muss ich einigen was sind sie die kursion okay kannst du dich von Trophäen kann ich das nicht einfach was anwenden geht aber nicht ja dann leg ich dir jetzt mal die Droh zurück jetzt hab ich weggeschmissen nice ich wollte hier reinlegen tragen so wie hier ist hier ist Trophäe genau ich muss noch was kurz gucken wie kann ich ne Fackel hinstellen Standfackel haben wir hier ne aber ich weiß nicht geht das noch ner Werkbank ah hier Fackel Feuersteigensperr ok ok Fackel hier stehen Feuersteigensperr Feuersteigensperr Axt überlegen kurz überlegen zack wollen wir so so na ja ja Fackel ist erstmal fack ich hier ich glaube das ist noch ner ne ne geht immer noch nicht war die hier oder auch nicht ok 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 so stabil das ist schwein ich glaube das war ein Fehler von mir nein die wollte ich nicht raushauen ah fuck wir kommen wieder Besuch oh guck mal der wird fast erschlagen vom Baumstamm nein nein du bleibst hier du brauchst nicht deine Kollegen erzählen ja du bleibst schön hier da ist noch einer der ist da war man auf einen Schreich hier kommt er kommt euch her krass der andere Baum hier ist auch weg ne wo ist das schwein das ist schwein das ist noch dort ja was liegt denn hier nice sehr schön ich hoffe wir können das jetzt bauen wir brauchen Lederisten ach hier ich will brauche mehr habe ich keine 820 Lederreste ich dachte nur 10 hier habe ich ja ich weiß gar nicht wie viel 5 5 da müssen wir doch noch 10 schweine töten zu früh gefreut nice sehr schön sehr schön zu stabil ach das war die Böke ja wir können kein Holzmoot tragen geht ja gar nicht geht ja gar nicht Bogen repariert mal repariert alles repariert mal auch kein Holz ich trage so viel ach so gut ich habe schon den Dirk Dirk jetzt kann man nicht mehr laufen nice gut ja ähm gut dann schmeißen wir die erstmal weg ich habe überlegt gerade was haben wir denn dort was ist das denn ach Samen ach nee Tannsapfen oh ja ok Steine Pilze Stapelteile ok zack mal so ok so oh wir brauchen sowieso Holz sowieso hier eine Mauer brauchen ja diese Mauer weiter bauen wollte ne stimmt oh guck mal jetzt ist krass wieder gewachsen krass nee oder ich bin mir ganz sicher keine Ahnung zack oh das sieht gar nicht gut aus das schaut gar nicht gut aus aber ich weiß nicht ich weiß nicht das gefällt mir ja gar nicht ich bin mir ich bin mir so jetzt besser keine Ahnung müsste sein Ja, puh, also, ich weiß nicht. Ja, okay. Ja, ist okay, so passt. Ja. Ja, ich weiß nicht, ne, eigentlich. Ja, ich lass das so, ne. Ich lass es einfach so, wenn mir hier gefällt es, ne. Unsere schöne kleinen Leute, ne. Ja, wie gesagt, ja. Hätte ich, wie gesagt, hätte man hier auch die Werkbank draußen bauen können. Ja. Vielleicht mach ich das auch noch. Ja. Das passt nicht, wie ich das sagen wollte. Hier auch nicht. Hm, aber jetzt, ne. Ja, müsste es passen. Aber das schaut nicht gut aus. Für jede Voraussetzung, ja, sag mal. Hab ich so viel Holz schon verballert? Krass, ich hab das ganze Holz verballert. Okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal Holz. So rum. Ja, hier wachst du sowieso kein Baum mehr, ne. Das kommt weg. Der kann weg. Okay. Die hauen sowieso ab, ne. Oh, doch nicht. Zack. Nee. Alles. Das kommt los. Danke. 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 Ja… Danke. zwei... Wir bekommen wieder Besuch. Komm her. Ich bitte hier. Ist das ein Schwein? Oh, jetzt kann ich schweinen, ach ein Hirsch, oh nein, 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 das hat was gehört, gehört, ach nein, ja, egal, egal, her damit, ich glaube, wir machen mal diese Hütte kaputt, ne, krass, kann man hier rötte ich auch, trägt so viel, es kann wieder was, es kann wieder kein Holz tragen, was ist das denn? Ah, okay, ich sehe, wir tragen wieder zu viel, können wir trotzdem laufen, ja, ich muss irgendetwas wegschmeißen, Gewicht, 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 ja, ich überlege gerade etwas, fallen lassen, stapeln, stapelteilen auf jeden Fall, schmeißen wir zwei weg, ne, drei, zwei, zack, okay, nice Ich lasse ich am Leben, ne, lassen wir jetzt, oh, ich sehe, was da oben läuft, schweinchen, komm her, komm her, komm her, yes, sehr schön, hast du dann auch gedroppt, wieder ein Trophäen, ne, Trophäen, ne, warte, hm, ich glaube, jetzt weiß ich auch, was die Trophäen sind, ne, glaube ich fast gewesen, ah, ich verstehe, das wird sowieso wieder dunkel, das bedeutet, wir können auch wieder schlafen, aber, so, können wir wieder zwei Fleisch dran, zweimal Schwein, dann können wir wieder schlafen, auf jeden Fall die Mauer Ende bauen, ja, wie gesagt, immer noch auf Schweinejagd und Holz, auf jeden Fall sammeln, ja, man braucht sehr viel Holz, sehr viel Holz, zack, kette mit, ja, vielleicht baue ich noch ein Haus, so eine kleine Hütte, wo halt nur Drohnen reinkommen, ne, wo ich das ganze Holz einlagern kann, ne, eine Trophäe für das komplette Essen, könnte ich auch machen, ne, ja, ja, und, äh, eine, vier, vier Steine halt, ja, 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 ich glaube schon, ne, ich glaube, das macht schon mehr Sinn, aber, ich glaube, dann würde ich die hier hinbauen, und, auf die linken Seite, hier würde ich dann, ja, vielleicht die Werkbank draußen einbauen, äh, ich muss mir noch überlegen, ne, ja, und das, und das, ja, das Feuer lasse ich einfach hier draußen, ne, ich glaube, das ist in Ordnung, ne, ich glaube, das ist in Ordnung, ne, äh, bei mir hier in der Hütte, ich glaube, das ist in Ordnung, ne, Ich glaube, das ist so normal.